Blamage für die Ermittler, Blamage für ganz Deutschland. Der gesuchte Attentäter von Solingen, er hat sich freiwillig der Polizei ergeben, er hat sich freiwillig gestellt und das kurz nachdem sie ein Razzia anscheinend an seiner Wohnanschrift im Asylbewerberheim im ehemaligen Finanzamt durchgeführt hatten und es ist hier wirklich ein Blame Game, eine Schande für das Land NRW, eine Schande für unsere Minister, die alle die Bevölkerung in Gefahr gelassen haben. Sie haben ganz genau gewusst, dass der Attentäter sich wohl noch in der Innenstadt aufhält und sie haben 24 Stunden keine Beschreibung herausgegeben und die Bevölkerung im Unklaren gelassen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist völliger Wahnsinn, was inzwischen in unserer Politik vonstatten geht. Issa Alha, Syrer 26 nach eigener Angabe, im Dezember 2022 als Flüchtling mit subsidiärem Schutz nach Deutschland gekommen, zuerst nach Bielefeld. Und wie es anders nicht sein könnte, schon im Dezember 2022 hätte dieser junge Mann hier gar nicht einreisen dürfen, weil die Gegebenheiten für die Voraussetzungen mit dem Bürgerkrieg schon lange nicht mehr gegeben sind in Syrien. Ihr habt es letztens vermutlich bei jemand anderem gesehen. Es gibt inzwischen Musikfestivals. Es ist wieder soziales Leben in Syrien. Ich sage nicht, dass Frieden herrscht dort, aber man hätte diese bedingungslose Aufnahme von jedem, der sagt, er kommt von dort, schon vor langer Zeit beenden müssen. Jetzt ist hier mal wieder passiert, was passieren musste. Er war mit der Vielfalt nicht so einverstanden und hat im Namen Allahs, im Namen Gottes, hier Ungläubige, die Kuffar, getötet, indem er ihnen auf die Nacken geschlagen hat. 26 Stunden nach der Tat hat er sich dann freiwillig der Polizei ergeben, freiwillig mit blutverschmierten, durchnässten Klamotten. Und hier muss man sich wirklich die Frage stellen, wie konnten hunderte Ermittler in dieser Stadt so blind und ahnungslos vorgehen und ihn hier nicht finden? Sie haben mit einem Man-Trailer-Hund das Messer zurückverfolgt zu diesem Asylbewerberheim, was ihr gestern gesehen habt mit dem SEK-Einsatz. Dort wurden auch zwei Verdächtige festgenommen. Wie sie mit dem Tatverdächtigen jetzt in Verbindung stehen, wird noch geklärt. Ich gehe mal davon aus, der Man-Trailer-Hund hat einfach den Weg zurückverfolgt, weil ja der Ursprung des Messertäters eben in diesem Wohnheim liegt. Gefunden hat ihn der Man-Trailer-Hund nicht. Er war ungefähr zwei, drei Höfe, Innenhöfe nur weiter und hat sich dort versteckt. Da frage ich mich, für was haben sie die ganze Nacht Polizeihubschrauber im Einsatz gehabt? Jemanden, der sich im Innenhof stundenlang versteckt, müsste man mit einer Wärmebildkamera durchaus finden können. Auch, dass man hier keine Hunde eingesetzt hat, die offenkundig diese Blutspur aufnehmen, wenn man davon ausgegangen ist, dass der Täter nur zu Fuß geflüchtet ist und gar nicht so weit weg ist, dann hätte man hier, wenn er in einem Innenhof sitzt, Blut verschmiert mit dem richtigen Suchhund ihn eigentlich ausfindig machen müssen. Noch schlimmer kommt jetzt hinzu, sie wussten alle, dass es hier ein Anschlag des Islamischen Staates ist und sind vor die Presse getreten und haben einfach nichts gesagt. Sie haben darauf verwiesen, dass man jetzt zusammenstehen soll gegen Hass. Die jetzt Hass sehen wollen, ob dieser furchtbaren Tat. Gegen diejenigen, die spalten. Und diejenigen, die spalten, sind diejenigen, die in der Regierung sitzen und es Tag für Tag zulassen, dass solche wandelnden Gefahren hier weiter Teil unserer Gesellschaft sind und wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Tausende solcher, wie jetzt hier Isso Al-Haar, wir in Deutschland haben. Es wird demnächst über uns hereinbrechen, wie über die Arsche die Flut, die Sintflut damals hereingebrochen ist und sie fabulieren immer noch mit Framing und gegen rechts und so weiter. Es ist absolut völliger Wahnsinn, es ist völlig abstrus, sie sind jenseits von jeder Realität. Wie kann man den Solingern nicht sagen, einen ganzen Tag lang, dass man den Täter im Innenstadtbereich vermutet, bitte alle Verdächtigen melden und zu Hause bleiben. Nein, man hat dann einfach die Situation ausgesessen und nochmal, er kam von alleine auf die Polizisten zu und soll gesagt haben, ich bin der, den ihr sucht. Ihm war wohl kalt geworden, ihm war wohl irgendwie das Wetter nicht zu bekommen mit dem Regen und so hat man ihm hier dann selbstverständlich erstmal einen Mantel übergelegt und davon gibt es dann ein Foto für die deutsche Presseagentur, wie man ihn hier dann zum Polizeiwagen führt und hier muss man wirklich nur noch einmal sagen, wer hätte das gedacht, ja? Und wo sind sie, die ganzen Leute, die sagen, man ist Faschist, wenn man sagt, arabischstämmiges Aussehen, da muss man die Leute nur mal fragen, die sagen oder die behaupten, man könnte Leute am Aussehen nicht einklassifizieren, sagt ihr dann zu einem Chinesen auch Mitteleuropäer oder Lateinamerikaner, also gewisse optische Märkte sind schon auffällig und ja, arabisch Aussehen tun viele von Marokko bis Pakistan, das ist eher die Beschreibung für jemanden aus dem Norden Afrikas, aus dem Nahen oder Mittleren Osten mit muslimischem Glaubensursprung, aber wenn man da schon wieder so weit geht, dann sind wir wieder bei der NAFRI-Debatte, aber immer dran denken, im Namen der Vielfalt wurde jetzt hier das Fest, wie hat es Ulf Porsche hat gesagt, Chefredakteur von Welt, da hat jemand ein Fest, bei dem Muslime mit ungläubigen Feiern nicht ertragen können im Namen der Vielfalt, das wäre ein besonderer Dorn im Auge des islamischen Staates, heißt es, und hier kann man nur noch einmal wiederholen, aber die größte Gefahr in diesem Lande geht von rechts aus, selbstverständlich von Messermatze, von Jürgen, von Fritze, wir kennen sie alle, unsere Serientäter in diesem Lande, mit den Vollbärten, die sie alle tragen, mit den langen Messern, die sie alle bei sich haben, natürlich, und das Schlimme ist, sie nehmen kein Blatt vor den Mund, jetzt selbst vor den Wahlen im Osten, versuchen alle diese Taten hier zu instrumentalisieren, dabei muss man nur mal sagen, hier braucht man nichts zu instrumentalisieren, denn gescheiterte Politik kostet im realen Leben. Menschenleben, da gibt es nichts drum rum zu reden, da gibt es nichts dran rum zu doktern, das sind einfach offenkundige Fakten. Wären die Millionen von Menschen nicht eingewandert, hätten wir eine Kriminalitätsstatistik, wie ungefähr 2014 oder 2013, aber nein, man hat alles ins Land geholt, unter dem Deckmantel der Menschenliebe, der Menschenwürde, der Nächstenliebe, ohne zu beachten, ja, wir importieren uns Sicherheitsrisiken, das nennt man auch trojanisches Pferd, aber dazu hätte man in der Schule sein müssen, anstatt freitags auf den Klimademonstrationen. Der Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel hat jetzt selbstverständlich seine beiden Arschbacken auf diesen Fall gesetzt, er hat die Ermittlungen jetzt an sich genommen, denn natürlich, es gibt eine Verhaftung mit einem mutmaßlichen Tatverdächtigen, da kommt der Generalbundesanwalt, schnappt sich den, fliegt den nach Karlsruhe, schmeißt den da ins Loch, zu Suleyar, zu Suleyman Attaeh, den kennen wir noch aus Mannheim, nichts hört man, nichts wird gemacht, wo ich schon lange sage, die Anklage, die ist relativ einfach, die hätte schon lange fertig sein müssen, da gibt es auch keine Verteidigungsstrategie, wer mit einem Livestream beim Mord beobachtet wird, der wandert einfach lebenslänglich in den Baum, ganz einfach, aber der Generalbundesanwalt, er sitzt sich mal wieder den Arschblatt, wie auch bei Nord Stream, zwei Jahre hat es gedauert, bis er mal jemanden angeblich herausgefunden hat, den man ja mal befragen könnte, hier, sie wollen uns an der Nase herumführen, und da sage ich nur, Solingen wird jetzt auch wieder lange unter den Teppich gekehrt, bis sie ihn hier anklagen, auch der Hinweis von mir auf die Hisbollah-Mitgliedschaft, völlig egal, völlig Banane muss man da sagen, sie machen nur, was sie machen wollen, und hier haben wir wieder den Terrorismus des islamischen Staates in unserem Land, und jetzt geht sie wieder um, die große Angst vor Nachahmern, und da muss man mal sagen, da braucht es gar keine Nachahmer, wir haben so viele solcher Taten jede Woche, man muss sich nur raussuchen, welche Seite vom Blaulicht-Report muss man berichten. Wo sind sie, die ganzen, die gesagt haben, ihr seid alles Faschos, oh, wo sind sie denn, die alle gesagt haben, das kann auch nicht sein, und hier, wo sind sie denn, wo sind denn die ganzen Promis, die jetzt gegen rechts marschieren, wo seid ihr denn, wo wart ihr denn in Solingen, ja? Ach, nee, in Solingen war nur die Verräter-Truppe, ihr kennt sie, Wüst, Reul, Feser und der Kurzbach, müsst ihr euch mal überlegen, stellen sich da hin, der eine hat ein Ermittlungsverfahren wegen Schleusungskriminalität am Hals, und die stellen sich da hin und sagen, wir sind die Vertreter des Volkes, ihr könnt euch bald selbst vertreten, und zwar vor Gericht, wenn es dann mal wieder ordentliche Gerichtsverfahren gibt, für Leute, die die öffentliche Sicherheit mutwillig durch ihr Unterlassen in Gefahr bringen. Frau Feser, Sie wissen, was ich meine, ne? Grenzkontrollen und so weiter, Abschiebungen, wir kennen das ganze Spiel, schmeißt die Leute endlich raus, um wieder für Sicherheit auf diesen Straßen zu sorgen, ansonsten seid ihr das nächste Opfer, der nächste Kuffer, der bald mit einem Messer auf dem Boden liegt, aber wer bin ich schon, wer bin ich schon, ein rechter Hetzer oder Schwurbler, würden sie sagen, ich würde sagen, ich bin Realist, ja? Bin gespannt auf deine Meinung, abonniere auch unbedingt Auswandern mit Kopf für Jung oder Alt, für Arm oder Reich, ein Kanal, wo für jeden was dabei ist, ansonsten, ich habe noch X und Telegram, und damit sage ich Tschau, bis bald.